Hallo ihr Lieben da draußen und herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe unserer Christ Live Shopping Show. Mein Name ist Anke und ich bin die Filialeitung in unserem Store im Zentrum in Oberhausen. Neben mir sitzt die Saskia und wir haben heute die Schmucktrends für den Herbst für euch. Hi, mein Name ist Saskia, ich bin aus dem Social Media Team und unterstütze die Anke heute. Genau, wir warten jetzt noch mal einen ganz kleinen Moment auf die von euch, die von Instagram kommen oder von unserer Homepage. Da wurde der Link ja auch gerade gepostet oder auch schon heute den ganzen Tag, wenn ihr da schon mal drauf geachtet habt. Und ja, wir geben schon mal einen ganz, ganz kleinen Themeneinstieg. Es ist ja jetzt so, weil es ist Herbst und der Herbst kam relativ abrupt zu uns. Aber jetzt gerade gehen wir so ein bisschen in den wunderschönen goldenen Oktober und da bin ich immer ganz, ganz happy, weil draußen die Bäume sind bunt. Es wird kalt. Es wird kalt, leider auch das, genau. Und ja, zu einer neuen Jahreszeit ändert sich natürlich immer unser ganzer Klamottenstil. Man kann ein bisschen grungiger rumlaufen, man kann ein bisschen gemütlich genau umlaufen. Und wir zeigen euch heute halt eben die Trends zu den verschiedenen Looks. Also an all diejenigen, die gerade noch mal dazu gekommen sind. Hallo, ich bin Anke und das ist Saskia. Herzlich willkommen. Wie funktioniert dieses ganze Prozedere? Ihr seht alle Artikel, die wir euch vorstellen. Einmal an der Seite. Perfekt, jetzt sehen wir sie auch. Einmal an der Seite. Wenn euch einen Artikel interessiert, klickt gerne drauf. Er landet automatisch in eurem Warenkorb. Ihr könnt uns aber auch ganz fleißig unten Fragen stellen und bombardiert uns wirklich. Stellt uns Fragen, quatscht mit uns. Davon lebt diese Show hier mit der Interaktion mit euch. Wir beantworten alles. Genau. Dann würde ich sagen, fangen wir auch mal an. Genau. Ich würde mal mit meinem Look starten. Die Anke hat das gerade schon gesagt. Eher glütlicher. Ich bin heute im Strickkleid und habe passend dazu so ein bisschen derberen, gröberen Schmuck kombiniert. Das Thema ist Sculptural Schmuck. Ihr seht schon, ob die Kamera das genau jetzt schon mal einfängt. Es ist recht grob. Hier ist Haptik drin. Hier ist eine tolle Struktur. Auch keine Sorge, ihr könnt das super auch im Herbst jetzt bei gröberen Pullovern kombinieren. Man sieht den Armreifen trotzdem super gut. Ist vielleicht sogar noch besser als so ein ganz feines Bändchen. Definitiv. Gerade, wie du schon gesagt hast, wenn du eben auch was gröberes trägst, dass sich das feine Armband eben nicht verhakt. Wenn du so ein schönes Strickkleid trägst, wie du es jetzt gerade tust, ist halt wirklich was. Und der ist ja super gearbeitet. Also was Weiches ohne harte Kanten wirklich am besten. Genau. Und eben auch ganz toll jetzt über den Pullover oder das Kleid, wie ich das jetzt kombiniert habe, natürlich auch ein schöner Hingucker. Dann die Ringe. Passend auch zu dem Thema ein ganz toller Ring. Da sind drei Schienen drin. Der ist, genau, ihr seht die Kamera. Genau, auch mit diesen tollen drei Schienen. Ich kann ihn auch gerne mal abnehmen, dass ihr ihn noch mal besser seht. Der ist von der Optik her jetzt wie ein Rollring gemacht. Rollring bedeutet drei Ringschienen ineinander. Nur, dass wir hier halt den Vorteil haben, dass es fest ist. Weil Rollringe haben immer den Nachteil, wenn die übereinander laufen, dass die sich gegenseitig zerkratzen. Das ist bei Silberringen beispielsweise nicht so schlimm. Aber wenn da mehrere Farben kombiniert sind, dann tragen sich öfters mal die Beschichtungen ab und dann kann der Ring irgendwann einfarbig werden. Aber das ist ja wirklich das Tolle an dem Ring von der Jette. A ist der aus Silber, dann mit Goldung und wirklich einfarbig und eben auch fest. Und was ich besonders schön daran finde, dass es halt mal was ohne Glitzer ist. Genau, ja. Genau, und du sprichst schon Glitzer an. Ich habe nämlich jetzt auch noch mal was Buntes dazu kombiniert. Unser zweiter Schmucktrend, bunter Statement-Schmuck. Super schön jetzt für die dunkle Jahreszeit. Auch noch mal hier mit den bunten Farbsteinen in den schönen Herbsttönen. Verschiedene Schöne. Hier dieses Lila ist wunderschön, aber auch der Gelbton oder auch Cyan-Blau. Jetzt super angesagt im Herbst. Könnt ihr wunderbar mit den skulpturellen Schmuckstücken kombinieren. Das ist jetzt hier auch ein Christring. Ja, aus Echtgold. Genau. Trägt sich auch super angenehm, ganz schön. Gibt auch die passende Kette dazu. Ah, okay. Nee, aber auch wunderschön mit den verschiedenen Steinen. Also, genau. Eher ründlicher. Ich finde, der erinnert mich so ein bisschen an so einen Candy-Shop. Mhm. Ich finde den wirklich von den Farben her ganz, ganz traumhaft schön. Und gerade auch dadurch, dass der in Gold gefasst ist, kommen die Farben auch richtig schön und warm zur Geltung. Wirklich perfekt jetzt für den Herbst, sodass das nicht ganz so hart ist, nicht ganz so kalt. Und wie gesagt, der ist aus Echtgold und auch mit echten Farbsteinen. Also, wir haben auch wirklich was Wertiges. Weihnachten steht ja vor der Tür. Black Friday. Ihr Bescheid. Genau. Und das wäre auf jeden Fall auch ein super Geschenk. Und wie ich es gerade auch schon gesagt habe, da gibt es auch die passende Kette zu. Was also auch nochmal ein schöner Hinweis für alle da draußen wäre. Direkt im Kombi. Genau. Nee, genau. Also, wirklich super schöne Hingucker. Jetzt, wie gesagt, gerade wenn es kühl, nass und triss draußen ist, bietet sich das mit den bunten Farben wirklich an. Und gerade auch zu bunten Pullovern oder tollen Anzügen, die ja gerade auch im Trend sind. Wirklich super schön. Schüttet richtig Dopamin aus, wenn man den bunten Schmuck sieht. Genau. Genau. Diesen Trend gibt es ja gerade auch bei der Fashion. Und deswegen auch hier nochmal beim Schmuck. Genau. Und dann würde ich einmal als nächstes auf meine Kette eingehen, die ich umhabe. Ich hoffe, ihr könnt sie genau sehen. Genau. Mit diesen wunderschönen Perlen. Man sieht es hier auch schon. Es ist etwas fester, was es jetzt auch super angenehm macht zum Tragen. Auch noch auf dickere Pullover. Wunderschön bei Rollkragen. Das ist auch nochmal wirklich ein toller Hingucker. Hinten ist sie nicht fest. Also wirklich angenehm, auch im Nacken zu tragen. Dies von Curly Leung. Ich finde das vom Verlauf her so schön, dass wir hier wirklich kleinere Perlen haben, die immer größer sind. Weil ich persönlich bin jetzt nicht der größte Perlen-Fan. Ich finde, das ist aber ein sehr, sehr schöner Halsreif, weil der halt eben nicht so altbacken ist. Und das hat ja Perlen ja im Moment, beziehungsweise das hat Perlen ja allgemein, dass sie immer ein bisschen altbacken werden. Aber auch hier durch die verschiedenen Formen und Größen. Ja, wirklich. Ja, sehr schön. Die Herren tragen Perlen ja im Moment auch ganz, ganz stark. Habe ich auch gesehen, ja. Ja, finde ich ja cool, wenn sich so Dienste, die auch wirklich schon Jahrzehnte, die es schon Jahrzehnte gibt, sich immer wieder weiterentwickeln, fortsetzen. Und auch online, auch eine ganz, ganz tolle Marke, Yamoko. Die haben so tolle Barockperlen. Kann man auch mal vorbeischauen. Also egal, was ihr hier seht, schaut gerne mal bei uns im Store. Die haben so viele tolle Sachen für euch. Das ist unfassbar. Genau, also die Perlenliebhaber, wirklich eine ganz tolle Kette. Genau, dann einmal zu meinen Ohrringen. Ich habe mehrere Ohrlöcher, weshalb ich jetzt auch mal zwei verschiedene Kreolen reingemacht habe und trage. Ich habe hier auch beide Trends miteinander kombiniert, die ich euch jetzt gerade schon vorgestellt habe, beide Herbsttrends. Einmal hier auch wieder den kulturellen Trend. Auch hier wirklich eine wunderschöne Größe für die Kreole. Total angenehm zu tragen. Auch hier die Haptik sticht nochmal hervor in einem superschönen Goldton, was auch jetzt zu großen Pulloveren irgendwie strickt. Superschön hervorsticht. Dazu kombiniert habe ich diese kleine Kreole. Ihr könnt sie gut sehen. Genau. So seht ihr sie, glaube ich, besser. Genau, hier ist nochmal der Statement-Schmuck auch in bunt mit bunten Farbsteinen. Finde ich super schön als Kombi diese beiden Trends miteinander. So schön. Und gerade zum Beispiel bei den großen Kreolen, die du drin hast, die sind jetzt ebenfalls von Jette, genauso wie der Ring. Gibt es auch wieder in allen drei Farben, also auch in Silber- und Roségold. Für diejenigen, die jetzt vielleicht nicht so goldig unterwegs sind, aber da zeigen wir euch gleich nochmal ein bisschen mehr. Weil die, die schon öfter mal zugeschaut haben, die wissen ganz genau, ich bin ein absolutes Goldmädchen. Und ich finde auch gerade die kleinen Ohrringe, die du drin hast, die kleinen Kreolen von Jette Cops, die sind auch wirklich wunderschön. Und gerade diese bunten Steine, die machen so eine gute Laune, finde ich. Ja, das macht so Spaß. Ja, vor allem kann man sich auch tatsächlich, wenn man mehrere Ohrlöcher hat, wirklich austoben. Also ihr könnt jetzt auch Bicolor tragen oder, ja, wie gesagt, setzt hier was Buntes ein, wie ich jetzt in dem Fall. Kombiniert verschiedene Trends miteinander. Da sind wirklich keine Grenzen gesetzt. Genau. Ja, du hattest schon gesagt, wer nicht so ein Goldliebhaber ist, wie wir beide es sind. Ich bin nämlich jetzt auch heute passend zu meinem Outfit, fand ich mit dem Beige, mit dem Camel-Tone, Gelb-Gold ganz toll. Und hatte das deswegen auch jetzt hier ausgesucht. Ja, aber wir haben natürlich auch Silber mit dabei. Das zeige ich euch jetzt hier einmal. Genau. Da gehst du gleich nochmal näher drauf ein, auf diese Kette. Deswegen springe ich jetzt einmal rüber und würde einmal auf diese Kette eingehen, was auch nochmal mit dem Skulpturalen hier ganz schön zu sehen ist. Auch hier wirklich, genau, ich zeige das vielleicht nochmal so vor dem Stoff. Könnt ihr das vielleicht sogar besser sehen. Etwas zarteres Modell von Ange Haie. Mit wirklich einem ganz, ganz, also das heißt ganz, ganz kleinen Anhänger. Mit einem etwas zarteren Anhänger, der dann eben, wie du schon gesagt hast, dieses Skulpturale hat. Kamera will gerade nicht so wie wir. Ja, stellt nicht ganz scharf, aber ich versuche nochmal jetzt hier vielleicht so. Ansonsten für unsere Zuschauer da draußen. Ihr könnt natürlich auch sonst gerne nochmal auf das Bild klicken. Absolut gar kein Problem. Ich würde sie sonst vielleicht mal umlegen. Vielleicht könnt ihr das dann besser erkennen. Aber du bist auch eher der Goldmensch. Ja, tatsächlich. Privat auf jeden Fall gerne Gold. Ich würde aber auch Silber und Gold kombinieren. Ich hoffe, ihr könnt das so mal ganz schön sehen, wenn ich mir das anhalte. Auch absoluter Fan von Bicolor. Und auch hier, das zeigt es ja zum Beispiel gerade mit den weißen Perlen. Man könnte das jetzt auch tatsächlich, den goldenen Halsreif, auch mit der silbernen Kette kombinieren. Also da, wir können uns im Moment ja Gott sei Dank wirklich alles Trauerndes so tragen, wie wir wollen. Genau. Gott sei es gedankt. Auch hier könnt ihr euch wirklich aufhoben und diese Skulptur mit der Perle kombinieren. Und das ist auch wirklich ein schönes Stück beispielsweise fürs Layering, weil die Kette ebenfalls auch Zwischenösen hat. Wenn du da mal schaust. Wir können die auf verschiedenen Längen genau tragen, sodass wir da auch wirklich ein bisschen Spaß dran haben. Genau. Ich habe sie jetzt nicht ganz umgemacht wegen dem Mikro, nicht, dass ich mich da jetzt verhedder und ihr mich nicht mehr hört. Aber einfach mal angehalten, damit ihr eine Vorstellung habt. Genau. Ich würde auch direkt im Silber bleiben und diese tollen Ohrringe einmal von Calvin Klein euch zeigen. Auch hier der skulpturale Trend wieder zu sehen. Ich halte es jetzt noch mal vor den Stoff. Genau. Tolle Ohrhänger. Calvin Klein hatten wir ganz, ganz lange nicht mehr im Sortiment. Die sind jetzt gerade erst wieder neu reingekommen. Haben, glaube ich, erst wieder seit ein paar Wochen bei Christ. Die sind auch aus Edelstahl, das heißt also auch farbecht und ist immer gut für Allergiker, weil meistens Allergiker nicht auf Edelstahl reagieren. Wenn ihr doch irgendwie Probleme haben solltet mit eurem Schmuck, weil ihr darauf reagiert und das gerade erst bei uns gekauft habt, ist das gar kein Problem. Kommt gerne in die Stores. Wir tauschen das dann natürlich um, weil da wollen wir ja nicht so rein. Genau. Einen letzten tollen Ring habe ich euch noch mitgebracht. Der ist wirklich auch ein richtiger Hingucker. Ich tausche einmal meine Ringe, dass ihr den auch einmal getragen seht. Wer es wirklich Statement, also wer wirklich Statement Schmuck mag und es extravagant mag, für den ist dieses tolle Stück geeignet. Und der ist auch von Sid Jacobs, genau wie der andere Ring, den ich euch vorhin schon mit dem Farbstein gezeigt hatte. Ich nehme ihn vielleicht auch noch einmal ab. Ich zeige ihn euch noch einmal. Besonders schön, dass die Steine auch alle nur unterschiedliche Größe haben. Das so ein bisschen aussieht wie ein bunter Sternenhimmel. Oh ja, das stimmt. Auch die Form ist wirklich nochmal ein Kontrast zu den anderen Ringen. Die setzen vielleicht doch nochmal an. Schauen, dass ihr es auch bestmöglich seht und auch eine schöne Inspiration bekommt, getragen. Ja, geht richtig gut auf den Mittelfinger. So zu so einem schönen bunten Anzug aktuell beispielsweise. Oder wie du es jetzt trägst zu einem Strickkleid. Sei es jetzt ein einfarbiges oder mit mehreren Farben. Richtig schön. Tolle pinke Lederhose. Ja, richtig. Eine schöne pinke Lederhose. Da wäre das genau auch ein super Hingucker. Wo wir schon bei extravagant sind, ist noch ein superschönes Teil, dieses Swarovski-Armband. Das Swarovski im Moment, die haben ja schon immer tollen Schmuck gemacht. Aber ich finde, dieses Jahr haben die wirklich tolle Kollektionen rausgehauen. Ja, auch wirklich ein ganz besonderes Armband. Ein wunderschöner Farbton für den Herbst. Ich hatte euch den ja gerade schon mal in dem Ring gezeigt. Ich hoffe, ihr könnt es auch super erkennen. Also auch hier super schön über dem Strickkleid oder eben auch zu dicken Pullovern. Ein bisschen hochgeschoppt kann man das Armband wirklich auch im Herbst und Winter wunderschön tragen. Auch hier vielleicht etwas besser als das ganz feine Armband. Oder zu tollen Anzügen, bunten Anzügen. Auch nochmal super. Das ja gerade sieht man überall. Das Schöne bei dem Armband ist ja auch, das ist ja, sorry, Frau Schornholz. Es ist ja quasi von dem silberfarbenen Metall eingefasst. Der Stein selber ist aber gelb. Also auch wieder ein tolles Stück, was man halt eben Bicolor kombinieren kann. Genau, so sticht der auch wirklich wunderschön hervor, der Stein. Genau. Wirklich schön. Aber Anke, jetzt erzähl du doch mal, was hast du denn alles mitgebracht und was hast du an? Also ich habe heute zwei andere Looks mitgebracht, beziehungsweise zwei andere Schmucktrends. Einmal den Vintage-Trend und dann einmal den Y2K-Trend. Einmal den Trend, den Y2K, die Schmuckstücke von damals, die wir schon als Kinder getragen haben. Man sieht es ja jetzt überall. Man mag es bunt, man mag bunte Perlen, man mag viel Glitzer, man mag einfach Schmuck, wo man denkt, den habe ich gerade aus dem Kaugel-Automaten gezogen. Smilies. Ja, Smilies, Emojis allgemein. Ganz, ganz, ganz großes Thema aktuell. Alle schreien danach. Und halt einmal den Vintage-Look, wie wir es bei dir hier schon haben mit den verschiedenen Steinen, habe ich halt ein paar Schmuckstücke, weil die, wenn man sie ansieht, irgendwie denkt, das könnte auch ein Stück Geschichte sein. Sind aber alles neue Schmuckstücke und ist im Moment auch ein Trend. Zeigt uns aber auch einfach nur, dass ich die Schmuckstücke von Oma vielleicht jetzt kombinieren kann mit meinen coolen neuen Schmuckstücken. Und du hast dich ja heute, ich sage mal, ganz warm und ganz kuschelig und gemütlich angezogen. Ich kann mir richtig vorstellen, wie du damit irgendwie so einen schönen Waldspaziergang machst. Jetzt, wie gesagt, im goldenen Oktober mit den ganzen Bäumen. Und ich bin heute mit meiner Lederjacke und meiner schwarzen Hose, fühle ich mich so ein bisschen nach Regenwetter. Aber Grunge-Look, total angesagt. Ja, eben das. Und ich habe meinen Grunge-Look jetzt einmal kombiniert, wie gesagt, mit den Vintage-Kreolen einmal hier oben von Anja Haie. Vintage in dem Sinne, weil wir hier eine kleine Platte dran haben, die eine gehämmerte Optik hat. Ich versuche es mal ein bisschen vom Licht wegzuhalten, aber dass man es sieht. Ansonsten einfach aufs Bild klicken. Und das Schöne bei der Kreole ist, das sage ich auch immer wieder, man kann diese Plättchen beispielsweise auch abmachen. Einfach O-Ring ausnehmen und dann die Kreole abmachen. Ah ja, zwei in eins, das ist auch praktisch. Richtig, 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 richtig. Sodass man da auch einfach nochmal ein bisschen mehr Kombinationsmöglichkeiten hat. Die Kreole selber von Anja Haie ist jetzt aus Silber. Und wenn man es halt einfach ein bisschen simpler haben möchte, wie gesagt, einfach das Plättchen abnehmen. Ansonsten habe ich selber nochmal kombiniert mit meinen O-Ring von zu Hause. Auch eine kleine Kreole mit Diamanten und eine aus dem Favestree-Ständer. Auch super schön, die große Kreole in der Kombi mit den Kleinen und den Plättchen. Ist auch was Besonderes. Ich bin da ja auch immer Fan von. Wenn man halt eben mehrere O-Ringe zusammenträgt, die müssen nicht mal die gleiche Farbe haben. Nee. Und auch nicht der gleiche Trend. Also da könnt ihr wild kombinieren. Eben das, eben das. Und wo wir gerade noch mal wild kombiniert sind. Ich trage heute zwei Ketten, es sieht aber aus wie drei. Und zwar auch einmal im Vintage-Look eine von meinen Lieblingsketten von Kuklus gerade zu Hause. Die hat hier unten den kleinen Nordstern dran. Der besetzt ist mit kleinen Zirconia-Steinen. Und da drüber haben wir einmal so eine Plättchenkette, die immer so ein bisschen diesen Vintage-Look gibt. Und wie gesagt, das ist einmal so eine Layering-Kette, die auch wirklich zusammengehört. Die gibt es auch in Silber, meine Lieben. Auch beide, sagt das Antik, vermittelt so ein bisschen durch die Plättchen. Und auch durch diesen... Ist ja auch, ne? Gibt nochmal so ein... Eben. Der Stern ist ja auch immer so ein bisschen wiederkommend. Gerade jetzt auch zu der dunklen Jahreszeit. Weihnachten steht vor der Tür. Ist immer so ein bisschen mystisch. Ich mag das sehr, sehr gerne. Eine Kette von Leonardo. Und auf dem Bild sehen Sie Leute da draußen schon. Die haben eigentlich so einen kleinen Knobelfast. Aber wir haben es jetzt aber mal so kombiniert, dass wir wirklich hier Ferran haben. Die ist eigentlich grün. Auf meinem Blauen shirt sieht sie jetzt aber gerade so ein bisschen bläulich aus. Aber zeigt wieder, wie auch unser Kleidungsstil, unsere Klamotten Einfluss nimmt auf unseren Schmuck. Trage ich das jetzt, wenn ich jetzt einen Ausschnitt beispielsweise anhätte, wäre sie wahrscheinlich wirklich eher grün. Ja, wirkt auch anders, genau. Genau. Und jetzt auf dem Blauen ist das alles ein bisschen bläulicher. Finde ich persönlich sehr, sehr cool. Auf jeden Fall. Ja. Und kann ich mir auch gut. Es gibt ja zum Beispiel von H&M diese tollen Pullis mit diesen großen Kragen von früher. Die gibt es ja jedes Jahr. Wenn man den dann so schön nach oben, kann man das, glaube ich, auch toll tragen. Zu kombinieren, ja. Finde ich auch ein ganz, ganz großer Fan von. So, ansonsten, zu dem Leonardo, zu der Leonardo-Kette gibt es natürlich auch ein passendes Leonardo-Armband. Ebenfalls mit den grünen Perlen. Und ich glaube, ihr seht es dann auch ein bisschen besser. Finde ich ja auch wirklich niedlich. Und ich halte zum Beispiel mal die Uhr dazu, die jetzt auch zufällig ein grünes Ziffernblatt hat. Mensch. Das passt. Das hätten wir uns alle abgesprochen. Passt halt auch extrem gut. Dadurch, dass wir hier so weiße Perlen zwischen haben und das Goldene, kann man das auch wieder gut mit Gold und Silber kombinieren. Genau. Und nochmal als Kontrast, wäre es nicht so grob und bold markt, was ich jetzt trage. Für den ist vielleicht diese zarte Kombination was. Auch tolle Herbstfarben mit dem Grün und Braun. Finde ich auch wirklich total. Zauberhaft. Und dann habe ich hier noch auf der anderen Seite drei Ringe. Ebenfalls im Vintage-Look. Nämlich einmal ein Christring mit einer wunderschönen Perle und zwei kleinen Steinchen links und rechts aus Echtgold. Ich trage den jetzt heute am Zeigefinger. Wir gehen euch nochmal ein bisschen näher. Und auch hier haben wir es einfach Perlen, wie ich es gerade schon gesagt habe. Ich persönlich bin jetzt eigentlich nicht so der Perlen-Fan, aber die sind halt einfach wieder im Kommen. Ja, und in Kombi mit den anderen Ringen. Supergut. Ist halt auch wieder, wie ich es gerade schon mal gesagt habe. Ich kann den Schmuck von Oma zu meinem anderen Schmuck kombinieren. So, dass man dann auch immer was von Herzen dabei hat. Persönliches, Emotionale. Genau. Ansonsten habe ich hier neben einmal einen schönen Ring von Cookie mit einem Opal. Der hat einen ganz, ganz tollen Effekt, Leute. Der funkelt so richtig schön in Regenbogenfarben. Und dahinter ein Ring von Guja. Auch eine relativ frische Marke bei Christan. Weil es seit ungefähr einem Jahr aus 585er Gelbgold. Und auch hier, das sind unterschiedliche Materialien, ist aber absolut gar kein Problem, die zusammen zu kombinieren. Von der Farbbebung sind die eigentlich auch sehr, sehr schön. Auch super schöne Form von dem kleinen Steinchen. Auch hier wieder antik. Ja. Könnte auch von der Oma sein. Genau, als hätten wir einfach schon ein bisschen so ein Stück Geschichte an der Hand. Ja. Aber so Thema Geschichte. Gehen wir nochmal auf den Y2K-Trend zurück. Die 90er und die 2000er. Ich hatte es gerade schon mal kurz angeteasert, in die Kamera gehalten. Genau. Hier haben wir einmal eine Kette von Guido Maria Kretschmer. Mit so einem ganz süßen Smiley. Da sieht man ihn perfekt. Der Smiley ist in rosa unterlegt. Auch diese Glieder. So eine Gliederkette hatte ich auch schon mal. Gito, ich habe auch einen in Gelbgold. Ah. Ich habe alles in Gelbgold. Aber super süß mit dem Emoji. Total. Macht direkt gute Laune. Genau. Vor allem jetzt, wie gesagt, bei dem dunklen Herbst. Und das Schöne daran ist natürlich auch, dadurch, dass es diese Glieder sind, ich habe absolute Freiheiten, was die Länge der Kette angeht. Also ich kann die kurz tragen, ich kann sie lang tragen. Und es ist Edelstahl bei Guido Maria Kretschmer, sodass ich da wirklich mich frei bewegen kann und das nicht irgendwie davon abhängig machen muss. Kann ich die beim Schlafen nicht tragen? Kann ich damit nicht duschen gehen? Edelstahl ist farbeig. Das bleibt ganz genau so, wie es ist. Und passend dazu gibt es auch Kreolen. Auch mit dem kleinen Smiley. Super niedlich. Vor allem in Kombi mit der Kette. Ja. Ich kann mir die Kreole auch sehr, sehr gut beispielsweise im zweiten Ohrloch vorstellen. Oh ja. Wenn man davor dann vielleicht deine Kreole trägt. Ja. Eher was Gröberes. Und dann, genau. Und auch hier. Ich mache die Kreole auf. Ich nehme den Smiley raus. Und habe eine einfache Kreole für den Alltag. Wenn ich zum Beispiel vergesse, irgendwie beim Sport meine Kreolen rauszunehmen. Ich nehme einfach die Münze ab. Und habe damit eine ganz einfache kleine Kreole. Oder auf der einen Seite mit Smiley, auf der anderen Seite ohne. Auch mega cool. Ja, das wird ja auch so gerne aktuell gemacht. Genau. Finde ich ja auch richtig schön. Ich habe das auch mal gemacht mit so einem kleinen Kreuz aus unseren Drehständern. Und habe mir das in die Kreole gemacht. Ja. Das war auch cool. Ja, das ist schon schön. Wenn man auch mehrere Ohrlöcher hat, kann man immer variieren. Da kann man sich austoben. Kommt vorbei. Wir stellen euch Ohrlöcher ganz, ganz viele. Ansonsten auch eins meiner Lieblingsstücke jetzt gerade aus der Sommerkollektion. Das ist noch Sangido Maria Kretschmer. Dieses wunder, 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 wunder schöne Armband. Und kennst du noch diese Armbänder mit den Perlen, die man essen konnte? Ja. Ja, original, oder? Das erinnert daran, ne? Total. Ich finde, das ist einfach so ein schöner Hingucker. Gerade wenn man jetzt, wie ich, ich sage mal, ein relativ monotones Outfit trägt, gibt das nochmal so einen richtigen kleinen Kick. Die Farben schreien direkt nach guter Laune. Ja. Auch nochmal ein tolles Pink. Also auch hier wieder wunderschön zu aktuellen Trends, zu bunten Lederoutfits, zu Anzügen, was wir gerade auch schon mal gesagt hatten. Ja. Genau. Sagt doch gerne auch mal in euren, oder in den Kommentaren zwischendrin, welcher Trend, den wir euch jetzt schon vorgestellt haben, euch am besten gefällt. Da sind wir, glaube ich, super gespannt. Ich könnte mich, glaube ich, gar nicht festlegen. Ich wollte gerade sagen, was wäre denn dein Lieblingstrend? Also ich muss sagen, ich mag schon wirklich, ich glaube, sogar fast die bunten Steine, dieser Statement-Schmuck, den mag ich sogar noch mehr als jetzt zum Beispiel dieses Bowl-Thema. Ja. Ist aber persönlicher Geschmack, also da, ja, sagt, glaube ich, auch jeder was anderes. Aber jetzt gerade hier auch dieser Christring mit den verschiedenen Steinen, verschiedenen Farben, finde ich wirklich wunderschön. Ich glaube, das ist mein Favorit. Bei dir? Ja, dein Ring ist auch schon wirklich sehr, sehr schön. Ich glaube, mein Favorit ist der Vintage-Lock. Ich mag das sehr, sehr gerne, wenn man denkt, oder wenn da wirklich nochmal ein Stück Geschichte irgendwie drinsteckt. Wobei ich auch ein sehr, sehr großer Fan eben halt von den Farbsteinen bin. Sei es jetzt als Statement wirklich groß oder dann in dem Y2K. Das ist auch wirklich cool. Fühlt man sich wieder wie früher. Ja, und eben auch dieses Antike, dass man alles miteinander kombinieren kann. Und ihr vielleicht schon emotionalen Schmuck zu Hause habt, was geerbt ist, da passt das natürlich wunderbar rein. Genau. Ja, ansonsten wären wir tatsächlich für heute auch schon durch. Ja, ihr Lieben da draußen. Wir hoffen, ihr hattet Spaß mit uns. Wir konnten euch ein bisschen inspirieren und euch nochmal die neuesten Trends zeigen. Die nächste Live-Show gibt es schon nächste Woche. Nächste Woche Donnerstag. Genau, 20.10. 20.10. Genau, da haben wir dann auch nochmal eine Überraschung für euch. Da haben wir nämlich wieder einen ganz, ganz speziellen Gast. Und lasst euch überraschen. Einen wunderschönen Abend von uns. Macht's gut. Ciao. Ciao. Ciao.